Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Charles Bronson als Fiero. Ein eiskalter Killer, der ein makabres Spieler fand. Es war ein grausamer, brutaler Kampf. Ein Kampf für einen Mann, für Pancho Villa. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt.